Heute Abend ist die große Talkshow, deswegen jetzt nur ganz kurz, die große Talkshow mit der sozialen Dreigliederung, Gemeinwohlgesellschaft, die Gemeinwohllobby und es geht also quasi um die ganze Palette. Links außen haben wir quasi die DDR-Konzeption. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer schneller drehen auf zweifache Geschwindigkeit, weil ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Ja, die DDR ist quasi letztendlich ganz links außen, also gehen wir mal, nehmen wir doch mal ein Bild, wo wir das vielleicht zeigen können. Ja, machen wir es einfach hier an dieser Linie hier. Also ganz links außen haben wir hier die DDR. Das heißt, dort wird aus dem Alltag, der Bezahlungsschlüssel ist so, dass im Prinzip, wenn ich mich besonders bei der Arbeit anstrenge, ich eigentlich der Dumme bin, weil ich kriege nicht mehr und habe nicht mehr davon, sondern die Faulen und Dummen, die profitieren quasi von meiner Arbeit und mehr geschieht nicht. Ich habe nichts davon, weil der Faule und der Faulste und Dummste in der Gruppe, der ist sozusagen, ja, der kriegt genauso viel wie ich. Also fangen, ja, letztendlich werden sich zum Beispiel Ärzte, die nach dem DDR-System bezahlt sind, natürlich mit der Zeit orientieren und einfach gucken, wie viel leisten denn so die faulsten und die dümmsten, ja, die unfähigsten und faulsten, ja. Und ja, und dann wissen die, aha, ich brauche ja auch nur diese Leistung zu bringen. Das heißt, ich kann mich eigentlich während der Arbeit wunderbar ausruhen und dann entwickle ich halt meinen Ehrgeiz und meine Wettbewerbs- und Leistungsneigung in der Freizeit, wie in der DDR geschehen, zum Beispiel bei Autorennen, wo die dann am Feierabend und am Wochenende unheimlich viel Energie in die Weiterentwicklung ihres Rennwagens gesteckt haben und dort richtig Leistung gebracht haben. Aber eben sozusagen, und da kann man ja dann auch eben Frauen zum Beispiel beeindrucken und überzeugen von der Leistungsfähigkeit, von der eigenen Leistungsfähigkeit, was man ja im Prinzip bei der Arbeit letztendlich was da gar nicht sinnvoll ist, ja. Und von daher, ja, letztendlich. Und also ganz linksaußen haben wir also das DDR-System, was nicht funktioniert. Das heißt, in allen gesellschaftlichen Bereichen hat man Leistung und Wettbewerb rausgenommen und die Menschen haben sich das dann in der Freizeit oder eben am Wochenende gesucht und haben das dort dann gelebt. Aber bei der Arbeit passierte also nicht viel und die ganze wirtschaftliche Produktivität sank im Prinzip ab auf das Niveau der Faulsten und der Dummsten. So ähnlich, wie es ja auch so, ja, letztendlich ist, dass es, ja, so einen Druck darauf gibt, bloß nicht zu viel zu machen, weil das setzt ja dann Standards dafür, dass dann jetzt alle so viel machen müssen. Und so neigen dann solche Gruppen ja dann dazu, dass sie den Standard immer nach unten setzen, nämlich so, ja, dass letztendlich am Ende auch die fähigsten Ärzte nur noch genauso viel leisten und bringen wie die unfähigsten und die Faulsten und Dümmsten, jetzt kurz gesagt, ja. Hier auf der ganz anderen Seite haben wir den neoliberalen, bösartigen Raubtierkapitalismus, beschönigenden soziale Marktwirtschaft genannt. Und der hat den Bezahlungs-, der kennt Leistung und Wettbewerb, hat aber den kapitalistischen und damit schädlichen Bezahlungsschlüssel, nämlich, dass alles, womit man an Geld rankommt, quasi, ja, in Ordnung ist. Das heißt also auch, wenn ich, was weiß ich, selbst den vorteilbringenden Irrtum im Kopf habe, dass Zucker ein wunderbar gesundes Lebensmittel sei und dann in allem meine Produkte im Supermarkt sozusagen überall Zucker drin ist und die Leute krank und fett und übergewichtig und schwerst krank werden mit der Zeit, ja, dann ist mir das egal. Hauptsache, sie werden zuckersüchtig und ich verkaufe viel sozusagen. Und dieser Schlüssel, Profite zu machen auf Kosten der Menschheit, das ist im Kapitalismus erlaubt. Und dazwischen gibt es die Gemeinwohlwirtschaft sozusagen hier, die Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, in der eben der Bezahlungsschlüssel, der kapitalistische Bezahlungsschlüssel quasi unterbunden wird und nur, was mein Wohlfühlen, meine Gesundheit und Langlebigkeit verbessert, belohnt wird. Ansonsten gibt es Pleite gehen. Und während im Kapitalismus das Schädliche, versteckt hinter vorteilbringenden Irrtümern, also Selbsttäuschungen sozusagen wunderbar aufblüht und dadurch die ganze Erde und die ganze Menschheit beschädigt wird und die Menschheit mittlerweile immer mehr in den Zustand des chronischen Krankseins kommt und Immungeschwächtseins kommt, ja, das ist das kapitalistische System und der Kapitalistische Belohnungsschlüssel oder Gemeinwohlbelohnungsschlüssel sozusagen sagt, nur was bewiesenermaßen mein Wohlfühlen, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit fördert, bewiesenermaßen, am besten mit harten Daten gemessen, ja, sozusagen, das überlebt und alles andere geht Pleite. Während hier das schädigende, ja, gucken Sie sich an, wie die ganze Welt voll ist mit übergewichtigen, schwer kranken, zerstörten, zerstörtem Leben, Menschen zerstörtem Menschenleben, der Kapitalismus, da ist die Schädigung voll erlaubt im kapitalistischen Belohnungsschlüssel und bringt die größten Profite und in der Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft bringen, bringen quasi nur kerngesunde, schlanke, gut aussehende, sexuell attraktive Menschen quasi Geld, ja, und also werden alle Teile der Gesellschaft nur diesem Ziel dienen, dass sie so gesund, so hübsch, so schön wie möglich, so attraktiv wie möglich und so liebesglücklich wie möglich sind und so weiter, denn das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, dass da natürlich der kapitalistische Bezahlungsschlüssel auch dazu führt, dass wenn ich den einen Vorteil bringenden Irrtum im Kopf habe, als zum Beispiel als Unternehmer, als Partner des Unternehmers, als Journalist, als Medienanstalt und so weiter und ich glaube bestimmte Irrtümer, die quasi uns Menschen Glücks, die natürlichen Glücksmöglichkeiten weg argumentieren, wegreden, unterdrücken, verbieten, tabuisieren, was auch immer, dann gewinne ich, weil die Leute werden unglücklich, erleiden einen Mangel an natürlichen Endorphin-Möglichkeiten und werden kaufsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, Süßigkeiten süchtig und werden krank wieder, werden wieder krank und werden einsam und krank und unglücklich und kaufen dann aber mehr und das ist Kapitalismus, also Glückszerstörung, Lebenszerstörung, Gesundheitszerstörung ist zwangsläufig die Folge des kapitalistischen oder sozialmarktwirtschaftlichen Belohnungsschlüssels und das ist quasi der Punkt, wo sich auch alle neoliberalen, marktradikalen total irren, wo sie also völlig einen Bildungsmangel aufweisen und dann haben wir hier die Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft und da ist es genau umgedreht, da ist der Belohnungsschlüssel genau umgedreht, alles was, nur alles was Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit fördert und bei den Behörden auch noch den Wohlstand der Menschen fördert, dann überlebt man und ansonsten geht man pleite, egal ob als Behörde, als Unternehmen, als Behördenmitarbeiter oder was auch immer, diese Regeln gelten dann für alle, diese Gesetzmäßigkeiten gelten für alle und hier kommt jetzt heute Abend ja auch die soziale Dreigliederung, die würde ich hier einordnen ungefähr. Die soziale Dreigliederung macht nicht in allen Bereichen DDR, sondern nur in einigen Teilbereichen der Gesellschaft DDR und in anderen ja macht sie letztendlich Kapitalismus und damit ist quasi dann eigentlich die Gemeinwohlwirtschaft ausgeklammert, also das Gute wird bei der Dreigliederung vermutlich, ich lasse mich heute Abend gerne eines Besseren belehren, ja, hoffentlich, vielleicht gibt es da interessante neue Impulse. Ich vermute, dass also die soziale Dreigliederung, dass das auch daran liegt, dass dieser Rudolf Steiner ja das Ganze erfunden hat, bevor das Experiment DDR stattgefunden hat, Sowjetunion und so weiter, das ist ja, war ja, bevor diese Experimente stattgefunden haben. Er konnte also nicht wissen, dass er eigentlich ein Konzept entwickelt hat, das in Teilen der Gesellschaft DDR macht und in anderen Teilen brutalen Kapitalismus und damit eigentlich überall nur die schlechtesten Mittel einsetzt und ich bin gespannt, ob sich das heute Abend bestätigt oder ob diese Idee, diese Kritik falsifiziert wird, werden wir sehen. Und wie gesagt, ich bin ja letztendlich für die Gemeinwohlwirtschaft, ja, also das heißt hier die Partei des Gemeinwohls zeigt ja in dem Programm, hier kann man alles schön nachlassen, hier steht es ja schon mal, das ist die Absage an den kapitalistischen Belohnungsschlüssel. Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Ja, das ist der entscheidende Punkt, das ist alles entscheidend. Ja, und deswegen hier Gemeinwohlwirtschaft in vielen Varianten, die berühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Fellberg, man kann über alles diskutieren, aber wahrscheinlich ist der Gewinner für uns Menschen die Gemeinwohlwirtschaft am Ende. Ja, und da hier, da können Sie hier das Programm lesen und so weiter, hier können Sie alles sich einlesen in gemeinwohlorientiertes Denken sozusagen. Ja, und hier können Sie natürlich auch bei uns einen Schluck Wasser Warum hüstel ich jetzt? Ich habe eben jetzt, weil ja der Kapitalismus unser aller Leben zerstört, habe ich die letzten Tage zu viel ungesunde Sachen gegessen und das merke ich sofort, dass sofort schlagartig mein Immunsystem ein bisschen schlechter wird, weil ich kapitalistische Produkte gegessen habe, ja, den üblichen Sondermüll unserer Nahrungsindustrie, kapitalistischen Nahrungsindustrie gegessen habe, ja. Ja, und hier, wie gesagt, wir haben ja jetzt mal versucht, Leute für Kommunen zu finden, aber die Menschen sind so zerstört, weil sie eben nicht erkennen, dass Selbsterkenntnis natürlich der einzige Weg zur Besserung der Welt ist, ja, weil wir Menschen sind ja, haben, tragen alle den Kapitalismus und die ganzen Vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten im Kopf und deswegen sind wir letztendlich zerstörte Lebewesen. Sie können ja das Video anhalten, ich zeige Ihnen das nochmal, da können Sie das in Ruhe lesen, wenn Sie jeweils anhalten, ja, das ist leider so, dass wir, äh, sozusagen, ja, dass wir ohne Selbsterkenntnis wird das sowieso alles nichts mit der Gesellschaft und, ja, und, ja, ich mache mal weiter hier mit, ähm, also, die Befreiung ist noch ein Thema aus der Samstagstalkshow und für die Samstagstalkshow, die Befreiung von Instinkten, äh, ja, war ja schon sehr früh in der Evolution. Die hohen Säugetiere und so weiter, äh, haben sowieso eine völlig andere Steuerung als das, was man so, ja, ungenau mit Instinktsteuerung, äh, also so reflektorische oder reflexartige Verhaltenssteuerung und so weiter, äh, das ist ja schon lange überwunden worden und die hohen Säugetiere haben eigentlich die großen, äh, und höchsten Säugetiere wie Bonobos, äh, Gorillas und so weiter. Die haben ja längst diese hohe, äh, moderne äh, äh, Modellstruktur, nämlich, dass sie Lustmöglichkeiten im Körper und im Gehirn haben und Schmerzmöglichkeiten und dadurch werden sie gelenkt. Die Lebewesen streben immer das an, was gerade eben die größtmögliche Lust bringen könnte und weichen immer dem aus, was Schmerz bringen könnte und das machen wir Menschen auch. Wir sind auch nur und benutzen all unsere Intelligenz, unser Sprechen und Denken einfach nur, um dieses Ziel zu erreichen. Wo, wie kommen wir an die größtmögliche Lust heran und wie vermeiden wir den Schmerz und, äh, ja, und deswegen halten wir es ja für sinnvoll, dass wir über, äh, äh, die positiven Anreize, dass wir also den, nachdem wir den kapitalistischen Belohnungsschlüssel beendet haben, dann den Gemeinwohl-Belohnungsschlüssel, äh, haben, dass die Menschen belohnt werden dann, wenn sie anderen Gutes tun, dass sie dafür belohnt werden und dafür dann eben wieder Lustmöglichkeiten bekommen und dadurch dann, wie jedes andere Säugetier auch, äh, dann das Gute tun, äh, weil sie dafür belohnt werden mit Lustmöglichkeiten und Schutz vor Schmerz, ja, und darum geht es Lebewesen. Ja, gut, aber wie gesagt, heute Abend, äh, die, äh, Talkshow und das ist jetzt nur eine ultra kurze Sendung, jetzt, äh, ja, tschüssi, bis bald, bis heute Abend, da erscheint ja dann irgendwann, oder heute Abend oder morgen erscheint ja dann die Talkshow. Tschüssi!